Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hört auf, hab ich gesagt! Ich hab's mir ins Hirn geschissen! Ich soll mich jetzt anreißen! Mama, wenn du unbedingt! Ich hab's gerne über 40er Barst in der Nähe! Ich bin mehr! Das ist doch das Dürfste! Wir haben ihn herumgeblödelt, das war ja nur Spaß! Den findest du nicht in deinem eigenen Altersglas! Jetzt hörst du aber auf, ja? Ist ja nix passiert! Jesus, Maria, bist du Brüde! Der Clemens, der hat halt schlechte Erfahrungen mit... Bernd! Welche Erfahrungen? Heute mal ist ja schon die ganze Party versaut! Ich hab ja nur herumgeblödelt! Von dem rede ich doch gar nicht! Ich rede von der Katja Dana! Was ist mit denen? Wegen dir sind sie nicht gekommen! Jedes Mal, jedes Mal! Wenn ich irgendwas mit Mädels organisier' und du bist dabei, dann kann ich irgendwelche blöden Ausreden! Ich hab grad Zeit oder sie müssen vorher gehen oder sonst irgendwas! Wirst du nie auf den Trichter gekommen? Wenn du nicht wärst, dann hätte ich mindestens schon mit dreimal so viele Frauen geschlafen! Und wenn du nicht wärst, dann... Jetzt hört's aber auf, ja? Hättest irgendeiner noch Wanderung! Keiner Wanderung! Genau! Genau! Das Ganze mal... Ich habую vor, ja... Ich hab hier auch vor, ja... See... Wissen... Das ist einfach... Ich hab hier auch vor, ja... Ich hab hier auch vor... Ja... Vielen Dank.